So, Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin hier gerade mit ein paar Gefahren heute. Und wie man sieht, sind wir hier mit einem anderen Flug in der Luft. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich hoffe, man hat es schwierig. Also, die sind auf Rennlast, die Anlagen hier. Und, ja. Man sieht schon, zwei drehen sich nicht. Boah. Das ist so gut. Hammer. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist echt extrem. Okay. Okay. Ich wollte gerade mit der Drohne fliegen, aber... Das ist halt echt zu heftig. Gerade bei dem Flug da so. Das ist einfach so gut. Also, die Drohne echt nicht mehr. Und hier hätten auch Windpark am Schwalow. Man sieht einige an den letzten anderen Dingen. Flachbefeuerung an. Also, wo das alles ist. Ja. Da ist noch eine E70-Saison dabei. Die ist da wieder hinter der E82 da hinten. Rechts. Ja. Geil. Boah. Ein großes neues Jahr. Wo die anderen gehen auch natatombefeuerung vor Ort an. Das sieht man nicht. Sehr, sehr geil. Boah, ich würde jetzt sehen, was ich gerade gesehen habe. Ich habe gerade so einen neuen Neuligs gefunden. 9.31. Nämlich die auf 84 Meter werden jetzt gerade gebaut, also für Ende werden jetzt gestellt. Ich bin auch schon... Also der hier wird Windparks Harrenholz genannt, der hat Windparks Ösing. Ja okay, habe ich auch schon gelesen, aber ja, ist doch quasi einzusammelig mit der Frage. Ich würde euch noch ein großes neues Jahr wünschen und wir sind alle gut reingerutscht. Und ja, dieses Jahr wird echt heftige, ein bisschen zuvor gelangt. Ich habe zu viel neue Anlagen gesehen. Und dieses Jahr... Ich bin zu viel Neues sehen. Wie z.B. Inventus von Vestas Fond 62 in Alten-Medigan. Dann natürlich... Die Änderung E60, E5, E2, also mit der Alten-Medigan. Und dann quasi auf MSC. Und dann auf die E5, den Lasse, den Lasse auf Bögel. Und ja, wird echt heftig werden dieses Jahr. Die E5-3 sind auch geplant, um zu sehen. Und ja, ich gucke nicht mal, was mich bald nicht verschlägt. Aber erstmal hier zum Neujahr. Zum neuen Jahr hier. Erstmal nach Harrenholz. Die Molex N und N-30 auf Volllast. Wie viele soll ich nennen lassen? So, ich bin hier schon abgeriegelt da hinten. Das ist aber schon echt... Ah, die ist auf nennen, dass die hier vorne. Das sieht echt geil aus. Guck mal, das sind da. Guck mal. Ja. Ja. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr sonst noch so kommt. Die Wütze wird da auch alles fertig da. Die E5-1-9. Da sind jetzt auch die V-27 jetzt fertig. Auch im Betrieb. Da muss ich mal nochmal nachfahren. Irgendwann die nächsten Woche. Und dann noch ein E5-3-1 auf Einlast. Das ist ja echt geil. Echt laut. Irgendwie sind überall Häuser. Die Siedlungen da hinten. Die machen ganz schön krach. Auch die Insel läuft sich da hinten. Hammer. Ja okay, die haben hier die Nachbefolgung ausgeschafft. Ich stehe nochmal da drunter. Die ist gerade auf nennen, lasst. Auf wie viele Bogen sind. Das sieht man sehr gut. Der Turm ist ganz schön warm. Der Turm, der schwankt auch. . Untertitelung des ZDF, 2020